Tu tada So, und zwar hier müsste doch der Treibstoff sein Okay Gut Dann können wir jetzt los Halt, weiter Leit dich Ich kann... Ach ne, Quatsch, kann ich nicht. Stimmt ja, der Weg zurück zum Strand ist versperrt. Beziehungsweise verschlossen. Das Ding hat eine ganz schön lange Nadel. Warum? So, bin wieder da. Chip. Ja, was auch immer. Wow, das ist ja richtig cool möbliert. Hahaha, trotzdem die Schadsanzeige. Das war lustig. Sie ist da am Tanzen. Und wer hat die Bomben geworfen? Keine Ahnung. Mission geschafft. Insgesamt 750 Gold. Sehr schön. 9, das Heiligtum. Osten. Musik. Wenn die Ancestors die Ancestors auswählen sie als hirons, vorüber peer und nachvollziehbarer so auswählen, in der Sicht gegen eine Abeldeckung der Vorgehund, etwas näher sich leider ver SWR. Die Ancestors haben die Ancestors auswählen been von ihren Brüdern in Selenheim, länger als jemand kann erinnern. Doch sehr wenig Negociation war notwendig, um sie zu akzeptieren den Perilös-Request zu senden Hilfe gegen die Hordes von Drega-Tar. Die Eger-Offer zu helfen, ihren Brüdern aufzunehmen, kam nur zu einem Request. Destroy the Fortress of Kamsarai. Der Pact von Jifuro verabschiede solche Destruction. Aber die Ancestoren erklärt haben, dass es ihre einzige Hoffnung von erreichen, um die Krieg in Zeit zu erreichen. Denn der Pact von Kamsarai, festgelegt durch den Krieg, war der einzige Obstake in der schnellen Runde zu Selenheim. Being an der Pact von Kamsarai, Kamsarai wurde leicht verabschiedet. Es ermöglicht sehr wenige Menschen, um eine ganze Armee zu behalten, wenn sie nicht beendet haben. Und es wäre viel zu schwierig, wenn sie nicht zu verabschieden. Die Zeit zu verabschieden. Die Zeit zu verabschieden. Die Zeit zu verabschieden. Der legendärer Highwizard Zael war ihre letzte Haus. Known als die Skurge von Vatarr. Die Baine von Zurana. Der Mann, der die Welt verabschiedet hat. Zael muss sich gefunden. Wenn er noch nicht war, und sie konnten ihn finden, würde er ihnen helfen? Und welchen Kosten würde die Welt diese Zeit für ihre Verabschiedung von Vatarr? Okay. Ähm... Ja, das machen wir noch. Dat geht noch. Dat Level. Hm... Mal überlegen. Möchte ich mit ihr weiterspielen? Das Praktische ist halt bei ihr, sie hat nicht sehr viel Ausrüstung. Von daher kann man gut Rüstung und Heiltränke mit einpacken. Dementsprechend... Ja, wir nehmen sie nochmal. Die Strukturen, die aus der stillen Oberfläche des Sees ragen, suchen ihresgleichen. Fremdanmutende, rostige Gebilde, die aus einer Zeit noch vor der Entstehung der Kluften stammen. Und komische Himmelsfarbe. Hm... Aber ansonsten sogar ganz hübsch hier. Durchaus. Ja, ja. Du brauchst einen Schlüssel. Okay. Dann suchen wir einen Schlüssel. Das war dämlich. Ja, hau mir die Tür einfach vor der Nase zu. Hier oben was versteckt? Nein. Wir haben ja schon gesehen, dass das Spiel das auch ganz gerne mal macht. Ah. Okay, ich dachte da wäre auch noch was gewesen, aber na gut. Was macht das jetzt? Uh, es geht unter Wasser. Oder wie? Ja, sieht ganz danach aus. Na dann. Uff, uff. Klick. Und runter. Uh. Uh. Versunkene Stadt. Wirklich. Geil. Voll das moderne System schon. Naja, man weiß ja wie das in diesen Spielen läuft. Im Zweifel. Magie. Wow. Ähm, Problem. Gut, das fing ziemlich scheiße an. Hätte mich dann nicht einkesseln lassen sollen. Ganz offensichtlich. Gut, da war doch noch eins. Ah, das ist auch tot. Heiltrank. Plupp. Ah, ne. Ein Meermann. Ein Meermann. Äh, lass mich in Ruhe. Bläh, 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 bläh. Hat er gemacht. Gold. Gold. Okay, also Aufgabe ist Druck machen. Wollte grad sagen, wie oft kann man eigentlich daneben schießen? Ach. Hier würde ich aber nicht wohnen wollen. Oh. Bitte was? Achso. Achso. Gut. Wollte schon grade sagen, willst du mich verarschen, Spiel? So. Gold, Gold. Heiltrank. Und. Jetzt geh mal weg mit deinen Skeletten hier. Ja. Noch ein Heiltrank. Das Fass ist so ein bisschen voll. Hm, Dusche. Hier. Ah, ja, ja, ja. Du mich auch. Ah, ja, ja, ja. Du mich auch. Au. Nein, nein. Alter. Das war ein bisschen knapp. Okay, was haben wir hier? Irgendwas. Wo bin ich überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Okay, einfach mal die Schalter drücken. X. Das ist ziemlich laut hier, muss ich mal anmerken. Und ich krieg ganz schön von den ganzen Regnern auf die Fresse, sobald sie mir zu nahe kommt. Ich würde mal behaupten, es gibt jetzt Druck. Was gibt es hier hinten? Wasser. Okay, hi. Ach, fick dich, Spiel. Ja, das ist auch unglaublich nett. Okay, die Droidin ist nicht gerade gut für dieses Level. Wow. Nee, sie ist ganz und gar nicht gut für dieses Level. Meine Güte, ich müsste das mit einem anderen Charakter machen. Das geht ja überhaupt nicht. Hier geht viel zu viel Nahkampf ab für sie. Oh, hi. Ja, was habe ich gerade gesagt? Direkt noch einsaufen. Mann, Mann, Mann. Hier gab es aber noch andere Wege, oder? Ja, hier runter. Was gibt es denn hier? No. Gut, die beiden hätten wir. Puh. Nee, nee, nee. Das ist kein... Ort für sie hier. Okay. Nix. Böses Wasser. Oh, shit. Oh, oh. Ist natürlich auch ganz logisch, dass die ganzen Möbel sich genau vor die Tür platzieren. Aber das war eine Menge Geld. Ernsthaft? Nur dafür? Wow. Ach, du lieber Himmel. Was ist denn hier los? Da hängt jemand. Es wurde auch Zeit. Und glaubt nicht, dass ich nicht wüsste, was ihr getan habt. Ich war vielleicht befallen, aber ich bin nicht blind, was die Weltrandaußen betrifft. Ich hab alle so Stachelfinger in diesem Spiel. Ich hab alle so Stachelfinger in diesem Spiel.